Hallo Freunde, willkommen zurück. Es ist Mittwoch und das heißt, es ist Team Aufsumik-Zeit. Und ich hoffe, ihr seid auch alle in Form. Und wir sehen hier auf den ersten Blick, es sind ganz schön viele Deutsche dabei. Und auch aus der Bundesliga natürlich, der Torwart dann noch von Eintracht Frankfurt. Also wir haben jetzt im Eichspiel den Gomez dabei, wir haben den Schüler dabei. Mertesacker spielt ja bei Arsenal, der Van der Vaart hat es geschafft. Ja, und dann der Nikolov noch. Aber gucken wir uns mal die Leute einzeln an. Von Persi war klar, mit seinem Hattrick, dass er in Form kommt. Ich hätte eigentlich auch noch Özil erwartet, aber der hat es irgendwie nicht geschafft, hat wohl nicht ganz gereicht. Ja, von Persi, 79 Geschwindigkeit, 92 Schuss ist natürlich Hammer wert. 86 Dribbeln, 83 Pass und 70 Kopfball. Super Karte, den werde ich bestimmt auch nochmal ausprobieren. Die normale Goldkarte hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Dann haben wir hier den Sessinglong. Der hat 86 Geschwindigkeit, 77 Schuss, 80 Pass, 87 Dribbeln. 72 Kopfball, auch eine durchaus ordentliche Karte. Dann haben wir hier den Gomez, den mag ich persönlich ja nicht wirklich in FIFA, aber auch in Real Dive nicht wirklich, weil er für mich einfach ein Abstauber ist. Okay, trotzdem, 77 Geschwindigkeit, 85 passen, 77 Dribbeln, 86 Kopfball. Von den Werten her klingt die Karte schon mal sehr gut. Ob er denn wirklich auch sich so spielen lässt, ist eine andere Sache. Also die Goldkarte hat mich echt enttäuscht. Ganz im Gegensatz zu Schürrle. Dem seine Goldkarte, finde ich, ist schon echt der Hammer. Also ich benutze den wirklich gerne, obwohl es nur ein 79er ist. Er ist super schnell. 89 Geschwindigkeit hat er jetzt. 86 Dribbeln, 85 Schuss, 77 Pass. Also eigentlich für den Außen super Werte. 70 Kopfball hat er noch, obwohl er wahrscheinlich nicht oft zum Kopfball kommen wird. Im offensiven Mittelfeld Pfand der Fahrt. 66 Geschwindigkeit, 88 Schuss, 87 passen, 85 Dribbeln. Eigentlich ein guter Spieler für die Position. Wobei, naja, die Geschwindigkeit würde mich ein bisschen stören, ehrlich gesagt. Aber als zentraler Mittelfeldspieler soll er eigentlich auch die Pässe verteilen und nicht so wild durch die Gegend rennen. Und im Passen ist er gut. Also eigentlich ist es eine gute Karte. Dann kommen wir zu Barnega. Offensives Mittelfeld hat auch nicht wirklich die super Geschwindigkeit. 68, 84 Dribbeln, 75 Schuss, 71 Verteidigung, 86 passen, 85 Kopfball. Also relativ ähnlich eigentlich wie von der Fahrt. Aber ein deutlicher Unterschied von der Punktbewertung. Er hat 81, er hat 86 und er hat 75 zu 88. Dann hat er aber 71 Verteidigung zu 51 Verteidigung. Er hier würde sich wahrscheinlich auch gut im defensiven Mittelfeld machen. Linke Seite, Gaetan haben wir da. 85 Geschwindigkeit, 88 Dribbeln, 81 Schuss, 60 Verteidigung, 88 passen, 64 Kopfball. Auch eine durchaus ordentliche Karte. Im Verteidigungsbereich haben wir dann hier den Sisoko. Linker Verteidiger spielt da. Hat 83 Geschwindigkeit, 71 Pass, 55 Schuss, 65 Dribbeln, 77 Verteidigung, 72 Kopfball. Also für den Außen eigentlich auch ein ganz guter. Balloi haben wir hier in der Innenverteidigung. Ein Silberspieler. Ist ja auch nicht ganz oft, dass die in der Startelf sind. Der hat 64 Geschwindigkeit, 60 Dribbeln, 55, jetzt aber richtig. 56 Schuss und 55 passen, 75 Kopfball. Also der hat einen guten Verteidigungswert und auch einen guten Kopfballwert. Und Mertesacker hat es auch ins Team der Woche geschafft. Die alte Pace-Hure, 34 Geschwindigkeit, der überholt sie alle. Kann auch super dribbeln mit 41. Aber jetzt kommen wir mal auf die wesentlichen Werte. 87 Verteidigung, 80 Kopfball. Das sind Werte, die lassen sich sehen. Vor allen Dingen 87 Verteidigung. Gut, dann haben wir hier noch den Torwart von Inter. Der hat eigentlich auch super Werte. 87 Hechten. Dann hat er 87 Reflexe, 81 Handling, 80 Kicken, 80 Position. Also die Werte sind wirklich gut. Mal gucken, was der letztendlich wert sein wird. Da gibt es ja Marchetti noch und den Buffon. Mal gucken, wo der sich dann hier so einpendeln würde. Aber von den Werten her finde ich die Karte gar nicht schlecht. Mal gucken, ob er auch wirklich gut hält. Dann Nikolov von Eintracht, Frankfurt, 76 Hechten, 77 Reflexe, 78 Handling, Kicking, Abstoßen um 59, 76 Position. Dann haben wir hier, oh, der alte Holländer. Wie heißt der denn? Sanz, 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 Sanzwick? Ja, so wird er heißen. Der hat 55 Geschwindigkeit, 63 Dribbeln, 71 Schuss, 75 Verteidigung, 68 Passen, 81 Kopfball. Dann haben wir hier den Grenier. Hat 74 Geschwindigkeit, 80 Dribbeln, 76 Schuss, 84 Passen, 65 Kopfball. Der macht sich eigentlich auch gar nicht so blöd. Natürlich auch nicht so die Hammerwerte. Also für eine Informkarte sind die eigentlich schon doch recht schwach. Gut, Paulinho, Stürmer, 86 Geschwindigkeit, 73 Schuss, 65 Pass, 73 Dribbeln, 65 Kopfball. Die Verteidigungswerte sind für einen Stürmer ja nicht wirklich wichtig. Also für einen Silberspieler sind das schon mal gute Werte. Dann haben wir hier, wie heißt er, Lay? Wahrscheinlich. 76 Geschwindigkeit, 75 Schuss, 70 Passen, 73 Dribbeln, 80 Kopfball. Für einen Stürmer auch super Werte. Kann man nichts sagen. Dann haben wir hier noch Alan oder Allen, wie er auch immer heißen mag. 83 Geschwindigkeit, 80 Dribbeln, 76 Schuss, 70 Kopfball. Aber der wird bestimmt einiges wert sein, weil es ein Brasilianer ist. Er spielt ja hier bei Red Bull. Das ist nicht wirklich ein Team, was beliebt ist, glaube ich. Aber als Brasilianer, ich weiß auch nicht, wie viele Sterne er hat. Auf jeden Fall wird er bestimmt einiges kosten. Ja, als Innenverteidiger haben wir hier noch den Flint. 64 Geschwindigkeit, 70 Verteidigung. Für einen Bronzespieler sind das gute Werte. 75 Kopfball hat er noch, aber die anderen Werte sind nicht wirklich interessant. So, und jetzt kommen wir hier zum Vergleich. Van Persie, sein erster If, hat 11 Punkte dazugewonnen. 3 im Schuss, am meisten dann hier 2 im Passen, 2 im Dribbeln, 2 im Kopfball. Gomez, auch sein erster If, hat 13 Punkte dazubekommen. Davon 5 im Schuss, 1 Geschwindigkeit, 2 passen, 2 Dribbeln, 1 Mal Verteidigung und 2 Mal Kopfball. Van der Fahrer hat 15 Punkte dazugewonnen, auch sein erster in Form. Hat 2 in der Geschwindigkeit dazubekommen, 4 im Schuss, 2 Pass, 2 Dribbeln, 4 im Kopfball. Gut, dann haben wir hier. Gaten, Gartan, wie er mal heißt, 22 Punkte dazugewonnen. Das ist schon ganz ordentlich. Der hat 7 Punkte im Passen bekommen, 5 im Schuss und 4 im Kopfball. Dann haben wir hier den Torwart von Inter, der hat 11 Punkte dazugewonnen. Und zwar 3 im Hechten und 3 bei den Reflexen. Und dann hat er im Handling noch 3 dazubekommen. Und Position hat er auch noch 2 bekommen. Dann haben wir hier Sessin Long, der hat 11 Punkte dazubekommen. Ja, 3 im Schuss, 2 im Pass, 2 Dribbeln, 2 Kopfball. Mehr hatte Saka. Ganze 2 Geschwindigkeit dazugewonnen. Uiuiui. Aber 20 Punkte insgesamt. Das ist natürlich schon einiges. 5 beim Kopfball, 3 in der Verteidigung, 2 beim Dribbeln, 3 beim Passen, 5 Schuss und 2 in der Geschwindigkeit. Dann haben wir hier diesen Vanenga Kollegen, der hat 15 Punkte dazubekommen. Davon 3 beim Dribbeln, 5 Schuss, 2 beim Kopfball. Schürrle, 14 Punkte dazugekriegt, 1 in der Geschwindigkeit, 4 beim Schuss, 3 beim Pass, 3 beim Dribbeln, 1 in der Verteidigung und 2 beim Kopfball. Den werde ich definitiv mal holen. Das ist für mich eigentlich einer meiner Lieblingsspiele auf der linken Seite. Denn Ribéry konnte ich ja noch nicht testen. Vielleicht hole ich den auch mal. Aber der Schürrle ist eine gute, billige Alternative auf jeden Fall. Dann haben wir hier Sissoko, der hat 18 Punkte dazubekommen. 2 Geschwindigkeit, 3 Schuss, 4 Passen, 3 Dribbeln, 3 Verteidigung und 3 Kopfball. Grenier haben wir dann hier mit 29 Punkten. Leck mich fett am Sack. Der war ja ein Silberspieler, wusste ich gar nicht. Okay, er hat sein Gold Upgrade bekommen. 2 in der Geschwindigkeit, 10 im Schuss, 6 im Pass, 5 im Dribbeln, 3 in der Verteidigung, 3 im Kopfball. Dann haben wir hier Baloy, 21 Punkte auch dazubekommen. Aber er hat komischerweise kein Gold Upgrade gekriegt. I, 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 was macht der denn da komische Sachen? Naja gut, auf jeden Fall hat er bekommen 1 in der Geschwindigkeit, 4 beim Schuss, 3 beim Passen, 3 beim Dribbeln, 5 in der Verteidigung und 5 beim Kopfball. Dann kommt Alan Alan, wie auch immer er heißen mag, 20 Punkte dazubekommen. Davon 9 beim Schuss, 1 in der Geschwindigkeit, 3 beim Passen, 3 beim Dribbeln, 1 in der Verteidigung und 3 beim Kopfball. Dann kommen wir zu Nikolov von Frankfurt. Der hat 4 beim Hechten und 4 bei den Reflexen, 4 beim Handling und 3 in der Position dazubekommen. Insgesamt 15 Punkte. Kommt hier der alte Holländer, Sarnzwick, 13 Punkte dazubekommen, 2 bei der Geschwindigkeit, 3 beim Schuss, 2 beim Pass, 2 beim Dribbeln, 2 in der Verteidigung und 2 beim Kopfball. Paulinho 20 Punkte dazubekommen, 1 in der Geschwindigkeit, 8 beim Schuss, 3 beim Passen, 3 beim Dribbeln, 1 in der Verteidigung und 4 beim Kopfball. Dann kommt Lay, der hat 19 Punkte dazubekommen, plus 1 in der Geschwindigkeit, 7 beim Schuss, 4 beim Passen, 3 beim Dribbeln, 1 in der Verteidigung und 3 im Kopfball. Und abschließend kommt dann hier Aidan Flint, 33 Punkte, der müsste eigentlich fast ein Silberupgrade kriegen, wenn sie das bei dem anderen gemacht haben. Naja gut, 2 Geschwindigkeit, 10 im Schuss, 3 beim Passen, 6 beim Dribbeln, 5 in der Verteidigung und 7 beim Kopfball. Freunde, das ist das aktuelle Team der Woche, wir scrollen nochmal hoch, so, da habt ihr es nochmal, es sind 11 Goldspieler, 6 Silberspieler, 1 Bronzespieler, Durchschnittsrating von 78 und ja, Durchschnittszuwachs von 4,4% auf die Stats. Ab 19 Uhr gibt es die Kollegen zu ziehen, ich wünsche euch wie immer viel Glück und sage Tschüss und bis bald.